Schade ich habe leider doch ich Ach das Holz zerstört er nicht Rest schon aber Holz nö Schade Na gut dann gehen wir halt so runter Weiß ich wollte jetzt so ein bisschen Überraschungseffekt machen hier Indem ich einfach mal Alles in die Luft jage aber Spiel sagte nein Ach hier ist Miasma am Stissel Okay Heute haben wir wieder einen zu Grabe getragen Die armen Leute sind den ganzen Weg gereist Um Schutz zu finden doch hier gibt es nur Ruinen und Schrott Diese Kirche wird nicht mehr Nicht viel mehr standhalten das hat Helene schon gesagt Der Wind heult und bahnt sich Jede Nacht neue Wege in unsere Hallen Unser Dach wurde von den Stürmen zerrissen Und wir sind zu sehr damit beschäftigt Die Leute der Karawane zu versorgen Um es zu flicken Trotzdem müssen wir bleiben wir werden hier Gebraucht und werden anderswo kaum eine Unterkunft finden Diese Vagabunden nehmen Delikten und Artefakten zu begraben Kommt mir falsch vor aber vielleicht hat Helene recht Vielleicht müssen die alten Zeiten neuen Bräuchen und Rieten Platz machen Das ist ja ein Träumchen Also sollen wir jetzt in dieses Miasma hier gehen ja Sehe ich das richtig Oh Hi Na Die sind gut weggesperrt würde ich sagen Können da gerne bleiben Oh der ist sauer Seht ihr das Der ist richtig pissig Oh Ganz ruhig Brauner Ganz ruhig Oh ich kann ihn leider von hier aus nicht umbringen Ja Ein Hirtenstab Kracher Jetzt würde mich ja schon interessieren Was es damit eigentlich auf sich hat Da drin Oh 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 kacke Wer hat die Tür jetzt aufgemacht Wer von euch war das Ihr miesen Schweine Oh oh Na du Ah ich glaube ich verstehe es Ich glaube ich habe es verstanden Das Das ist jetzt aufgegangen Weil wir das Ding gelootet haben Das soll sozusagen so ein kleiner So ein kleiner Schockeffekt Gewesen sein Haha Ihr habt mich jetzt nicht so geschockt ne Hab mich jetzt nicht so gecatcht Aber ich freue mich dass wir jetzt hier rein können Das finde ich wiederum sehr toll Weil hier wollte ich mich eigentlich schon nochmal ein bisschen umgucken Dementsprechend finde ich das jetzt eigentlich ganz nett Dass wir hier rein durften Und die andere Seite kommt ja auch noch Ja da sehe ich sie auch schon hüpfen Ah verdammt Noch einer Jetzt haben wir Ruhe hier Langt auch mal wieder Schade Hier ist nichts mehr Na ja Na ja Harz Ein bisschen Harz Ich habe so das Gefühl wenn ich mich hier durchboxe Komme ich zu legendärm Loot Oder vielleicht auch nicht Oder vielleicht auch nicht Okay Hätte sein können Hätte hätte Fahrradkette Na gut Ja war schön hier War gut Tja mit dem passenden Schlüssel war das Achso Gut haben wir die Kirche auch gesehen ne War War schön Dann können wir jetzt zum Alchemisten weiterziehen oder Obwohl hier haben wir noch ein Gebäude Zumindest anschauen Ja Es sind wieder ganz viele Bücher da Gibt es eigentlich ne Möglichkeit wenn ich das zerstöre Kriege ich die Bücher dann schneller Ne dann sind sie einfach kaputt Okay Alles klar Wieder was gelernt Man lernt ja nie aus ne So Das nehmen wir noch mit Was ist das denn Das ist ja hier ein Topf Interessant Hallo Irgendwas will uns angreifen Ich glaube es ist ein Bienenschwarm Yo Wo auch immer wir Wo auch immer wir diesen Bienenschwarm gerade gezogen haben Ich glaube jetzt ist er tot Oh das ist nice Das ist ein cooler Garten hier Nein ich möchte nicht diese Truhe plündern Meine letzte Reise Mein Bruder Für mich scheint alle Hoffnung verloren zu sein Die Krankenschwester Helene sagt Mir bliebe nichts anderes übrig als mich auszuruhen Nur über meine Leiche Die Menschen aus dem Ödland sprechen von den Erbauern Als wären sie allmächtig Erinnerst du dich an den Obelisken Wo wir als Kinder immer gespielt haben Ich werde dorthin zurückkehren Koste es was es wolle Vielleicht gibt es noch eine Heilung für mich Folge mir nicht Du kannst mich nicht aufhalten Vettel Die alte Vettel Hallo Buch Hallo Buch Hallo Buch Ich möchte Buch Komm schon Ja Yeah Alte Bücher Ach komm Wenn du nicht willst Dann willst du nicht Schönes Klo Schade Hier ist nix Nun denn Halt nicht Kann ich noch irgendwas wegwerfen Ja kann ich Wir schmeißen die Holzpfeile weg Und ich überlege gerade ob ich das Fleisch wegschmeie Ich schmeiß die Pilze weg ganz ehrlich Lass die Pilze weghauen Weil die brauchen wir eh nicht Und dann können wir hier aus dem Gärtchen was mitnehmen Achso das ist einfach nur Pflanzenfaser Ne toll Eine Audiolinenblume Was bist du? Pflanzenfaser bist du? Tomaten Naja Na gut Kann man machen Gut Wir wollten aber Wie gesagt Wir wollten ja eigentlich zum Alchemisten Ne Das ist genau der Weg hier Wobei hier ist dann Wobei es hier nochmal ein kleines Miasma gibt Gleich Aber das nicht mehr Sollte uns glaube ich nicht großartig tangieren oder? Das Ding Mal schauen Ich habe gerade was gehört Das mit dem Flügel schlägt Als ob ein Drache kommen würde oder so Ich habe noch irgendwo ein Wolf Aber ich sehe ihn nicht mehr Und meine Waffe ist gleich im Eimer Verdammt Oder wir haben noch ne Also Den können wir eigentlich auch zerlegen oder? Den Hirtenstab Ganz ehrlich Weg damit Was will ich denn damit? Er rettet mir bestimmt nicht das Leben ohne Munition So Ist gar nicht gut jetzt mit der Waffe Ah da sind halt Da sind halt auch noch ein Haufen Gegner Ne Ah BZ DEFG DEFG Also zumindest ist da ein Gegner Aber wo ein Gegner ist Sind in der Regel auch noch andere Au Au Der ist aber anders wild unterwegs oder? Holy moly Der war aber anders wild unterwegs jetzt Der Lümmel Der war aber anders wild unterwegs jetzt der Lümmel Unterwegs reparieren geht nicht irgendwie oder? Ne Scheint nicht so zu sein Kacke Kacke ist das Hätte ich doch nicht alle Waffen zerstören Sondern dann hätte ich nicht alles looten können Schon wieder so ein Granatentyp ey Nur wenn du einen Ambus findest Schmeißen im Flammenaltar dahin und nutz den vorübergehend als Schnellreisepunkt Das wäre eine Idee ne? Gehen wir nochmal kurz raus Da brauche ich 5 Steine Die kriege ich gelootet Ich glaube 5 Steine Das sollte jetzt das kleinste Problemchen sein Scheiß Erde So Wunderbar Machen wir das mal schnell Könntest die Gegner springen Ja aber ein bisschen versucht ne? Aber So Ah Halleluja Passt Plunk Mal gucken wo wir was jetzt einlagern Den können wir ja auch zerlegen eigentlich ne? Das useless Zeug mal zerlegen Es gibt ne Möglichkeit die Sachen schnell von Inventar in Kiste zu schieben Ja mit Umschalt Und Klick Oder Umschalt links Klick Drück auf die Pfeile in der Mitte Achso Ich habe jetzt alles abgelegt Hammer Gut Das ist tatsächlich sehr nützlich Gut Wir haben hier noch ein Lagerfeuer dabei glaube ich oder? Jo Das seltene Das super seltene Super Lagerfeuer So Kurz mal auf Dingsdeln Und dann holen wir uns den Alchi Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal cad ? Niquel Du 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 Du